AFK Arena hat einen neuen Gutscheincode für uns am Start zum Thanksgiving Day. Ich würde sagen, den geben wir direkt einmal ein. Ich denke mal, die meisten von euch wissen ja, wie das Ganze mittlerweile abläuft. Ich befinde mich auf dem Testserver. Daher kann ich diesen Gutscheincode hier über die Einstellungen eingeben. Ihr müsst es dann natürlich über den Link machen, den ich nochmal für euch in der Beschreibung verlinkt habe. Genauso wie den Gutscheincode einmal zum Kopieren. Ich würde sagen, wir schauen uns diesen Gutscheincode trotzdem einmal an. Dann drücken auf Bestätigen, gucken, was wir dort drin haben. Wir haben Staub, Gold und XP in diesem Gutscheincode drin. Ist eigentlich wie überall dabei. Und zudem haben wir dann noch 1000 weitere Diamanten, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein solider Gutscheincode. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Gutscheincode weiterhelfen konnte. Das soll es in dem Fall dann gewesen sein von dem Video. Schaut euch gerne noch das gestrige Video an zu den Jagdgründen. Dort ist nämlich eine neue Season gestartet. Macht es bis dort dann auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.